Moin, willkommen in Hamburg an der Marienthaler Straße. Es ist ein bisschen feucht heute, aber trotzdem ist es ganz interessant hier einmal sich umzusehen, denn inzwischen liegen die ersten S-Bahngleise für die S4. 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 S-Bahngleise für die S4. S-Bahngleise für die S4. S-Bahngleise für die S4. S-Bahngleise für die S4. Das ist der Stand Ende März 2023. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das ist der Stand Ende März 2021.